Hallo liebe Leute, willkommen zu The Book of Unwritten Tales. Ich bin euer Larion und ich habe den ersten Teil von diesem Spiel schon let's played. Könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Es gibt dann auch noch einen, ja sozusagen, ja, einen Zwischenteil, den, äh, das, die, die Viehchronikern sind das. Das ist eine Geschichte, die vor dem ersten Teil spielt. Und hier im zweiten Teil, ja, da wird es wohl weitergehen mit dem, was bei Teil 1, bei, ja, Book of Unwritten Tales, ohne Zahl dahinter, äh, was da aufgehört hat. Das weiß ich aber nicht genau. Ich gehe mal davon aus. Ich weiß sonst nichts über das Spiel. Ich hätte natürlich auch schon die Gelegenheit gehabt, mir ein Let's Play dazu anzusehen, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich ja vorhatte, das selbst noch zu spielen. Und das will ich natürlich blind machen, so wie, naja, eigentlich immer. Nicht bei allen Spielen, aber bei den meisten schon. Oder? Eigentlich doch. Ich weiß nicht. Ja. Egal. So, ich habe gerade vorhin ein bisschen Einstellungen, ähm, gemacht und ich hoffe, die Musik ist jetzt leiser. Ja, zumindest im Vergleich zu den Stimmen, die man hier hört. Meine eigene Stimme kann ich ja ein bisschen lauter machen. Ähm, wir fangen einfach mal an. So. Das dicke Buch. Aufmachen. Neues Spiel. Ja, genau. Neues Spiel. In Aventasien herrschte Krieg. Die Allianz der Menschen, Elfen und Zwerge kämpfte gegen die finstere Armee der Schatten. Jahre des Krieges verheerten das Land und dennoch, niemand konnte einen Vorteil erlangen. Es war zu dieser Zeit tiefster Verzweiflung, als ein alter Archäologe den Aufbewahrungsort des Artefakts des Schicksals entdeckte. Das Artefakt, das jeden Wunsch erfüllen und damit auch den Krieg entscheiden konnte, für die eine oder die andere Seite. Die Schatten, angeführt vom Hexenmeister Munkus, Sohn der Erzhexe Mordtroga, machten Jagd auf das Artefakt. Und sie hätten es als Erste erreicht, wäre da nicht eine Gruppe Helden gewesen, die sich ihnen entgegenstellte. Wilbur, der junge Gnom, der als erster seiner Sippe zum Magier wurde. Ivo, die mutige Elfenprinzessin aus dem Waldlandreich. Und das Vieh, ein haariges Wesen aus den Nordlanden, Begleiter des strahlendsten der Helden. Er, Maid Bonnet, der eigentlich den Rest seines Lebens an der Seite der Elfenprinzessin hätte verbringen sollen. Er, der alle Schätze der Welt und sein eigenes Königreich verdient hätte. Er, der aufhören sollte, über sich selbst in der dritten Person zu sprechen und Zeit zu verschwenden. Ja, das ist sehr klar. Er wieder in so einer Situation. Okay, gut, was haben wir denn jetzt hier alles? Er fällt. Na gut, er wird noch ein bisschen weiter fallen, während wir uns das mal anschauen. Inventar öffnen. Aha, okay. So sieht das also aus. Gut, da haben wir offensichtlich noch nichts drin. Machen wir wieder zu. Ja, Inventar schließen. Und das da zum Menü. Ne, zum Menü will ich jetzt nicht. So, okay, was machen wir jetzt hier mit dir? Was haben wir denn da so alles? Halte dich am Felsen fest. Okay, dann halten wir uns mal am Felsen fest. Ach, er schwimmt dahin. Na gut. Gut, ach gut, gut. Das ist gut. Allerdings kommt der Boden immer noch näher. Ja, und das bringt auch nichts, wenn du dich an diesem Block da festhältst. Okay, aber klättere den Felsen nach oben. Ja gut, dann mal runter. Ach, guck an. Da ist ja was. Hm, interessant. Äh. Ja, du musst ja schon... Ah, ja, ja, mach ein bisschen weiter. Ja, komm. Das kriegst du hin. Ja, sehr gut. Betrachter den Steg. Okay, ich betrachte den Steg. Ein Teil des Stegs. Er hat die Explosion halbwegs überstanden. Aha. Was für ein Steg und was für eine Explosion. Wir gehen einfach mal weiter. Klettere das Seil im Tor. Na gut, dann das Seil im Tor. Wenn ich Dück habe, reicht es ein bisschen auf zur Insel. Was ich allerdings bezweifle. Ja, dann versuch's doch mal. Bisschen auf zur Insel. Ach, ja. Da müsste die Insel aber näher sein. Ah, guck mal. Ja, stell dich nicht so an. Es gibt's Leben. So, ach, guck mal. Nimm die Öllampe. Ja, los, dann nimm mal die Öllampe. Oh, hallo, Nate. Wie geht's? Noch geht's. Kann es sein, dass dein Zauber nicht ganz so funktioniert hat, wie geplant? Ich habe dir gesagt, dass es da gewisse Risiken gibt. Gewisse Risiken? Äh, naja, nicht so schlimm fast. Ja, gewisse Risiken. Ja, ich nehm das erste hier. Risiken? Was für Risiken? Nun, Gin-Magie ist eine komplizierte Sache. Sie ist schwer zu dosieren. Und wenn man lange nicht gezaubert hat, kann schon mal ein klein wenig dabei schief gehen. Zum Beispiel, dass du mich umbringst? Es, äh, es war ja keine Absicht. Hä, ja, nicht so schlimm. Nee, das, das, nee, das geht nicht. Nicht mal für Nate. Hey, ich könnte hier ein wenig Hilfe gebrauchen, Benny. Naja, du siehst ja, was letztes Mal passiert ist, als ich gezaubert habe. Zeit ist wieder gut zu machen. Na los. Ach, ich weiß nicht. Am Ende mache ich alles nur noch schlimmer. Es wird gleich noch schlimmer kommen. Schlimmer? Halte Zeit an, kehre die Schwerkraft und Zauberkraft. Dann schuldige Schwerkraft. Nee, ich komme nicht allein zurecht. Glaube ich zumindest. Hier, das da. Kannst du nicht die Zeit anhalten? Oder Flügel? Verpass mir Flügel. Wie wär's damit? Das ist alles fürchterlich kompliziert. Ich fühle mich heute wirklich nicht danach, Nate. Benny? Vielleicht morgen? Ich muss den heutigen Tag erst mal verarbeiten. Du holst mich auf der Stelle aus dem Schlamassel, in den du uns gebracht hast. Oder du sollst nicht mit mir schimpfen. Ich hab's dir gesagt. Benny? Nein. Was für ein doofer Geist. Deinem aktuellen Zustand wird er tatsächlich keine Wunder vollbringen können. Ich muss irgendwas Leichtes finden, das sogar er sich zutraut. Oh je. Na gut. Schauen wir mal, was wir da machen können. Das Inventar ist gerade weg. Hier, da. Haben wir jetzt die Dose da? Äh, die, die, die Lampe? Nein. Also ja, er hat sie noch, aber sie ist nicht im Inventar. Gut. Was haben wir jetzt hier? Einen Teppich. Ach so. Moment mal. Teppich. Ja. Fliegender Teppich. Ist das zu viel verlangt? Ich rede nicht mit dir. Du. Tut mir leid, dass ich deine Arbeit kritisiert habe, Benny. Und? 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 Und, dass ich deine Lampe geschüttelt habe und alles. Du. Du hast es nur gut gemeint. Also schön. Wie kann ich dir helfen? Teppich. Hm. Ein fliegender Teppich. Das ist in der Tat recht einfach. Aber, ich weiß nicht. Soll ich es tatsächlich wagen? Ja, natürlich. Ja. Na und? Schafft er es? Ich denke schon. Oh, es sieht so aus. Was zum... Wo kommen wir denn da hin? Oh je, das sieht ja schlimm aus. Was ist mir passiert? Das Vieh ist auch wieder da. So, und jetzt? Ach so, das war die Einleitung sozusagen. Und jetzt kommt das erste Kapitel. Wahrscheinlich. Ach, jetzt kommt das. Guck mal. Nordic Games presents... King Art Games Production. Hm, das sieht gut aus. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was sie sagen sollen. Ich gucke mir das so an. Willkommen, Abenteurer. Ich bin das Tutorial. Wächter über das Spielprinzip. Erklärer der Steuerung. Aha, okay. Klicke in die Szene, wo immer dir beliebt, um den Spielcharakter zu bewegen. Ja, okay. Kann ich das jetzt machen? Ah, dann fährt er da hin. Okay, gut. Gut gemacht. Klickst du einen Gegenstand mit links an, so führt dein Spielcharakter eine kontextabhängige Aktion aus. Klicke mal den großen Hebel an. Den großen Hebel? Das ist zufälligerweise schon der hier. Der Roboter hat den Hebel benutzt, da ihm das logisch erschien. Klicke den Hebel nun mit rechts an, damit der Roboter den Hebel betrachtet, anstatt ihn zu benutzen. Ah ja, okay. Dann soll er erstmal wegfahren, so. Ausgezeichnet. Der Roboter meint, der Hebel sei intakt. Aber was ist dann defekt? Die Luke dort, klicke sie mit links an. Die Luke? Wo ist denn deine Luke? Ach, da. Hier. Gleich daneben. So, das da. Mit links. Der kleine Kerl meint, dahinter sei eine komplizierte Mechanik versteckt. Vielleicht liegt da das Problem. Klicke die Luke erneut mit links an. Okay. Na, das sind Zahnräber. Der erste Linksklick führte zu betrachten, der zweite zu benutzen. Zu benutzen, ja genau. Warum? Weil nach dem Betrachten für den Spielcharakter das Benutzen zur sinnvollsten Aktion wurde. Ein einfaches Prinzip. Klicke rechts, wenn du etwas betrachten möchtest. Klicke links, um zu tun, was der Spielcharakter gerade für sinnvoll hält. Ob die Maschine jetzt wieder läuft, klicke den Hebel mit links an. Na gut, dann probieren wir das mal. So, erstmal wieder weg hier, dann, dass ich auch was sehen kann. So, okay. Ja, dann ist dieses Schraubeschlüssel-Symbol da auch da. So, klappe wieder zu. Aha, dann haben wir das jetzt am Anfang hier. Oder zumindest auch noch am Anfang. Das sieht aber nicht gesund aus hier. Ach, das soll ein Meer sein. Ah, okay. Ja, jetzt verstehe ich das. Ein neues Problem, wie es scheint. Untersuche mal das Getriebe. Okay, dann machen wir das. Also, ich hab's jetzt nicht erwartet, dass da so ein Einführungskapitel kommt. Ich dachte, es würde gleich losgehen. Aber, na gut, dann machen wir das jetzt eben. So, betrachte das Getriebe. Na gut, dann betrachte das. Muss ich das jetzt mit rechts oder mit links? Das war vorhin widersprüchlich. Ich mach erstmal mit rechts. Wahrscheinlich ist es egal. Ups, das war wenig hilfreich. Sammle bitte beide Zahnräder ein. Na gut, dann machen wir das. Und zwar, ah, da kommt das Handsymbol. Okay. Das große Zahnrad und dann ist hier noch eins. Das kleine Zahnrad, okay. Gut, wir haben beide Zahnräder. Sehr gut. Aufgenommene Gegenstände landen im Inventar. Ah. Dein Inventar öffnest und schließt du, indem du rechts unten auf den Rucksack klickst. Ja, das will ich hier gerne machen. Um einen Gegenstand aus dem Inventar zu benutzen, klicke ihn mit links an und klicke dann auf den Gegenstand, mit dem du ihn benutzen willst. Benutze eines der Zahnräder aus dem Inventar mit dem Getriebe des Stadtmodells. Mhm, okay. Dann muss der Roboter erstmal ein bisschen wegfahren. So, dann kann ich da auch was sehen. Also das Zahnrad hier ein. Okay, das andere auch noch. Hervorragend. Jetzt noch das zweite Zahnrad. Ja, hab ich vor. So. Das ist ein bisschen langsam hier, aber egal. So, rein damit. Perfekt. Öle das Getriebe lieber noch, bevor du die Maschine wieder einschaltest. Hm, okay, machen wir Öl hier. So. Das sollte reichen. Schmeiß die Maschine an. Hm, ich vermute mal, das geht mit diesem Hebel. Ich mach das mal wieder zu hier. So. Ah, es läuft wieder. Da kommen auch die, die, die Macher wieder. Ah, das ist sehr schön gemacht hier mit, mit Scherunschärfe im Vordergrund und mit Scherunschärfe im Hintergrund. Wie so eine Makroaufnahme. Ja, das passt sehr gut. Man kann Gegenstände im Inventar näher untersuchen. Sammle die kaputte Figur und die Werkzeugkiste ein. Dann klicke die Werkzeugkiste im Inventar mit rechts an, um sie zu untersuchen. Okay, erstmal die Figur einsammeln. So, und die, ja, pack sie rein. So, und die Werkzeugkiste. Wie, betrachten? Was? Nochmal, was? Klicke die Werkzeugkiste im Inventar mit rechts an. Ja, die ist ja noch gar nicht im Inventar. Los, jetzt nimm das Ding mal. Okay, da taucht sie auf. Ah, guck mal, jetzt haben wir ein Klebeband. Du hast ein paar Gegenstände in der Werkzeugkiste gefunden. Ja. Du kannst Gegenstände im Inventar miteinander benutzen, indem du zunächst den ersten Gegenstand mit links anklickst und dann mit diesem Gegenstand am Cursor auf den zweiten Gegenstand klickst. Versuche die Figur im Inventar zu reparieren. Ja, okay. Das weiß ich ja schon alles, aber das macht doch nichts, das Ganze nochmal zu machen. So. Sehr gut. Nun stelle die Figur wieder auf ihren angestammten Platz auf dem Balkon des Schlosses und starte die Maschine. Okay, da, die Figur, dein. So, und Maschine anwerfen. Ausgezeichnet, du bist bereit. Bevor ich dich jetzt verlasse, ein letzter Tipp. Drückst du die Leertaste, so werden dir alle interessanten Gegenstände einer Szene angezeigt. Viel Glück bei deinen Abenteuern in The Book of Unwritten Tales 2. Okay, ich bin grüßt. Vielen Dank. Ja, das mit der Leertaste, das wusste ich auch noch. Oh, Mama. Was ist mit dir? Es ist alles in Ordnung. Das war eine schöne Landschaft. Da kann man es wohl aushalten. Ja. Nein, du siehst auch gar nicht gut aus. Dick geradezu. Einer Elfenprinzessin steht es nicht zu, sich Frustspeck anzufuttern. Wenn du so weitermachst, wirst du nicht mehr in das Hochzeitskleid passen. Ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit zu heiraten. Ach, Schätzchen, das hatten wir doch schon. Prinz Lallios wird nächste Woche eintreffen. Du wirst ihn mögen. Er ist charmant. Und sieh mal, er hat ein Bild von sich und seiner Schwester geschickt. Wer von beiden ist die Schwester? Der Elfenadel hat nun mal keine unrasierten Primitivlinge zu bieten. Damit musst du dich abfinden. Ja, so ein Techer war auch. Ich habe nicht das geringste Interesse an diesem Menschen. Nicht mehr. Du bist hier im Herzen des Elfenreichs. Im Schoß deiner Familie, wo du hingehörst. Niemand sollte hier traurig, erschöpft oder dick sein. Nein, ich will doch nur dein Bestes, Ivo. Okay, sie sagt es doch nicht. Ja, Ivo hat ein Problem. Ja, das wird sich gleich ergeben. Aha, okay. Sie hat mich eingeschlossen. Hast du diesen Prinzen lalala gesehen? Okay, ja, ich frage mal das hier. Hast du diesen Prinzen gesehen? Ein Flusself, der aussieht, als würde er sich den ganzen Tag die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Hunderte Jahre soll ich mit jemandem an meiner Seite verbringen, den ich nicht liebe? Ohne mich. Und ob. Sie wird nichts unversucht lassen. Ihr ist doch nichts wichtiger, als mich endlich unter die Haube zu bekommen. Puh. Na, wie sie den Vogel auch immer versteht. Ich verstehe es nicht. So, ähm. Für, äh, nene, nene, selber entscheiden können. Ich will meine Freiheit. Ja, genau das. Als ich da draußen bei den Menschen war, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, selber über mein Schicksal bestimmen zu können. Ja, es war gefährlich, aber gehört das nicht dazu? Ein Leben ganz ohne Risiko, das ist so, so. Du verstehst das nicht. Wenn ich könnte, würde ich sofort wieder losziehen. Du willst mich aufhalten? So wie beim letzten Mal? Okay, da habt ihr gesehen, da ist Wilbur. Ein Bild von Wilbur. Ach, Moment, kann ich sie denn bewegen? Ne. So, okay, sie hat mich eingeschlossen. Und dass ich hier eingeschlossen werde, findest du wohl auch angebracht, was? Ja, nur mein Bestes. Das sagt sie immer. Ja, das sagen viele Eltern, ja. So. Ich wollte es Mutter nicht sagen, aber ich fühle mich in letzter Zeit tatsächlich nicht gut, Schieb. Das hätte ich auch gesagt, aber Elfen werden fast nie krank. Da ist was dran. Ich war fast ein Jahr in der Welt der Menschen und viele von ihnen haben eine seltsame Vorstellung von körperlicher Hygiene. Ja, das stimmt leider. Na ja, ich dachte, vielleicht ist es ein Fluch? Nein, das wirst du nicht. Ich kümmere mich selber darum. Mutter würde eine Staatsaffäre daraus machen. Ich weiß auch nicht. Es gibt bestimmt ein Medizinbuch unten in der Bibliothek. Ruhe ist nicht, was ich jetzt brauche. Ich werde nach unten in die Bibliothek gehen und nachschlagen, was mir fehlt. Ganz allein, wie eine erwachsene Elfe. Ich lasse mich nicht aufhalten. Weder von verschlossenen Türen noch von dir. Na und, was macht der Vogel jetzt? Achso, jetzt kann ich den Balkon betreten. Okay, dann schauen wir doch mal, was denn hier so alles los ist. Hier, Wilbur. Nö. Betrachte die Streckmütze. Dann machen wir das doch mal. In den paar Wochen, in denen wir alle zusammen hier im Elfenhain gelebt haben, hatte ich Geburtstag. Für Wilbur war das eine große Sache. Er konnte nicht verstehen, dass man Geburtstagen nach ein paar hundert Jahren keine allzu große Bedeutung mehr beimisst. Er hat darauf bestanden, mir ein Geschenk zu machen. Tagelang saß er mit seinen knubbeligen Fingern in einer Ecke und hat mir diese Mütze gestrickt. Ja, wunderbar. Kann man die einsammeln? Wilbur wusste nicht, dass der Herbst in meiner Welt noch Jahre dauern würde und Elfen nicht frieren. Aber es war dennoch das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen habe. Mutter betrachtete die Mütze mit so viel Abscheu, dass ich sie tagelang nicht mehr abnahm. Wilbur strahlte vor Glück. Ja. So, haben wir da was im Inventar? Ja, oh. Bilder. Achso, das Bild. Kann man das anschauen? Äh. Seit Nate wortlos abgereist ist, wittert Mutter ihre Chance, mich mit einem anständigen Elfenprinzen zu verheiraten. Ich habe bisher jeden Kandidaten erfolgreich vergrault, aber langsam verliert sie die Geduld. Ja, okay. Sagt sie noch was zur Mütze? Nee. Okay, hier liegen noch ein paar Gegenstände mehr herum. Auch der Balkon ist da noch, wo man rausgehen kann. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Für die erste Folge soll es mal reichen, für die Einführung. Ja, da war jetzt dieses, dieses, ja, dieses Einführungskapitel, wo man die Steuerung noch lernt, das wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Außerdem habe ich es mir sowieso nicht gemerkt. Aber egal, ich klicke einfach viel auf den Tasten, bis irgendwas geschieht, was einigermaßen so meinem Willen entspricht. Und dann, ja, so komme ich eben durchs Spiel. Okay, also wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr wollt, ich hoffe doch sehr. Und dann bis dann. Tschüss. Tschüss.